Pardus gegen Architeuthes. Architeuthes blockt mit seinem Bauch einen Stich von Pardus. War ein Doppeltreffer? Die Sommarudis sagen Doppeltreffer? Doppeltreffer. Etwas sehr unrömisches, weil beide wären tot, von daher zählen wir das nicht. Das ist ein Technikfehler. Der Kampf geht einfach weiter. Architeuthes. 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 Pardos! Pardos! Architeuthes! Pardos! Architeuthes! Architeuthes hat im Rückzug Pardos Seite geschnitten. Pardos in seiner Hut hat es nicht mal bemerkt. Oder wegen seinem hohen Halt. Weiter so! Pardos! Architeuthes! Nicht ärgern lassen! Architeuthes! 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 Und wieder. Pardos sticht unter dem Schild. Züttelkarte. Prost! Römeren. Schönen sauberen. Achst du uns! Achst du uns! Schönen sauberen. Achst du uns! Achst du uns! Hoch ширin! Möchere! Möchere! Ati! Fakir! Karte! Doppelkanzler, eindeutig. Architeutes schneidet über den Rücken von Pardus, Pardus sticht ihm in die Brust. Das ist ein Tauschgeschäft, was man in der Antike durchaus hätte machen können. Der Kampf wäre gewonnen gewesen, aber wir kämpfen nicht mit Doppeltreffern. Architeutes sagt nur eine Fleischwunde, es geht nicht. Die Schiedsrichter unterbrechen sofort. Es geht nicht darum, einen Waffenlosen abzuschlachten. Es geht darum, einen Kampf zu sehen. Überlebende Technik. Punkt für Pardus. Das habe ich nicht gesehen. Pardus hat wohl nicht nur die Waffe seines Gegners entsorgt, sondern auch gleich seinen Gegner mit.